Liebe Freunde, hier ist wieder die Silbenfee mit einem neuen Beitrag. Ja, diesmal wieder ohne Intro, weil ich festgestellt habe, dass durch das Intro sich die Bilder auf Laptops und Tablets drehen. Ja, die meisten von meinen Zuschauern schauen ja auf dem Smartphone, aber die, die nicht auf dem Smartphone schauen, die sind dann doch etwas benachteiligt. Also steigen wir wieder gleich ins Thema ein, so wie früher auch. Und es ist mir eine besondere Freude, euch mal jemanden vorzustellen, der genau die gleiche Meinung über die Stammesgeschichte der Menschheit vertritt wie ich. Ja, hier sehen wir ihn. Dies ist Professor Dr. Milford Wolpoff. Ja, ein US-amerikanischer Paleo-Anthropologe, gibt auch kaum in Deutsch Videos zur Thematik oder überhaupt irgendwas. Ich bin in einem US-amerikanischen Video darauf gestoßen. Ja, er wurde international bekannt durch seine besondere Interpretation der Stammesgeschichte des Menschen. Ja, und er ist seit 1977 Professor für Anthropologie an der University of Michigan in USA. Ja, ja, das ist also natürlich etwas anderes, wenn Professor Wolpoff die gleichen Thesen vertritt, die ich auch vertrete. So, hier haben wir die Webseite von Professor Wolpoff. Ich habe jetzt, also ich werde das nicht alles vorlesen. Hier sehen wir, wo er überall Mitglied ist, unabhängig davon, dass er ja sowieso Dozent ist, ne, amerikanische Vereinigung der physikalischen Anthropologen, aktueller Anthropologie-Mitarbeiter, das meint die Universität, die Paleo-Anthropologie-Gesellschaft, Sigma XI. Und hier werden seine ganzen Auszeichnungen, Ehren und Preise aufgeführt, was er schon alles veröffentlicht hat. Zwölf Doktoranden hat er ausgebildet und dergleichen mehr. Also wer sich da genau für den Werdegang interessiert, der kann ja diese Webseite aufsuchen. Die kann man sich auch übersetzen lassen mit dem Google-Übersetzer. Also wie gesagt, da ich weiß, wie langweilig das ist, kenne ich von anderen Kanälen, werde ich das jetzt nicht da alles vorlesen. Aber der gute Herr Prof. Dr. Wolpoff ist auf jeden Fall eine Kapazität, ja, Aufzeichnung der Forschung, das ist noch ganz interessant. Da kann man nämlich seine Texte nachlesen. Die sind zum Teil hinterlegt, ne, Papiere lesen, also was, das sind seine Veröffentlichungen. Bei professionellen Sitzungen, ja, also was, der hat natürlich jede Menge publiziert, ne, das ist allgemein ja bei Dozenten so. Ja, und, ähm, was sagt er denn nun? Also er begann in den 1970er Jahren mit der Sichtung von amerikanischen, afrikanischen und europäischen Hominidenfossilien, die er miteinander verglichen hat, später auch in China. Und wir wissen ja, also die Mehrheitsmeinung aller Paleoanthropologen, wie er eben auch einer ist, vertreten eben die Meinung der Homo sapiens sei vor 100.000 bis 200.000 Jahren in Afrika entstanden und von dort ausgewandert. Die sogenannte Out-of-Afrika-Theorie. Wolpov sagt dagegen, der afrikanische, asiatische und europäische Typus des Homo sapiens habe sich in allen drei Kontinenten, also in Europa, in Asien und in Afrika, unabhängig voneinander und ohne Wanderung aus dem Homo erectus entwickelt. Diese Hypothese vom multiregionalen Ursprung des modernen Menschen hat er erstmals schon 1984 gemeinsam mit dem chinesischen Paleoanthropologen Xiu, ja, Xinsi, also Entschuldigung, das habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, Wu, Xinsi, hat er das publiziert, also der Homo erectus, nehmen wir mal diesen, so. Der sah nämlich je nach Ursprungsregion, also ob jetzt aus Europa, aus Asien oder aus Afrika auch etwas unterschiedlich aus, war aber immer die gleiche Art Homo erectus. Und ihr könnt euch sicher ja erinnern, dass ich schon in meinem Video, die Neandertaler, unsere geheimnisvollen Vorfahren, wer es gesehen hat, dass ich da schon gesagt habe, meiner Meinung nach, hat sich der Homo sapiens auf verschiedenen Kontinenten aus dem Homo erectus und anderen Vorfahren Menschen entwickelt. Ohne Wanderung. Ja, ich wusste aber nicht, dass es diese These schon gibt. Ich habe das einfach aufgrund von Logik geschlossen. Dieser Mann hat es aber anhand von Fossilien geschlossen. Und vor allem ist natürlich Professor, wenn Professor Dr. Wolpoff das sagt, ist das etwas ganz anderes, als wenn ich das sage. Deshalb ist mir das so eine große Freude, dass er das Gleiche sagt. Also die Multiregionale, also hier sehen wir jetzt einen Homo erectus. Da habe ich jede Menge Bilder. Die multiregionale Hypothese bildet den Gegenpol zur Out-of-Afrika-Theorie und wird von einer kleinen Gruppe von Palio-Anthropologen vertreten. Bereits 1971 hatte Wolpoff in Europa gefundene Steinwerkzeuge in Beziehung gesetzt zu bis dahin bekannten Homo-Fossilien. Also von der Art Homo. Das hier ist ja auch die Art Homo, der Homo erectus. Er zweifelte infolgedessen daran, dass die Neandertaler durch Homo sapiens ersetzt wurden. Ja, genau wie ich. 2004 forderte Wolpoff erneut, Zitat, die Neandertaler als Vorfahren anzuerkennen. Ja, also in Bezug auf den europäischen Typus des Homo sapiens jetzt. Jetzt zeige ich mal einen anderen. Das wäre jetzt der afrikanische Typus des Homo erectus. Immer die gleiche Art. Immer Homo erectus. Er sieht aber in Europa, Asien und Afrika nicht genau gleich aus, aufgrund der Umweltbedingungen. Wie es ja auch heute noch ist, wenn man das mal so sagen darf. Aber immer die gleiche Art. Immer Homo erectus. Als multiregionale Hypothese oder auch multiregionales Modell wird also in der Paleoanthropologie die These bezeichnet, dass, Zitat, für die heutigen großen Menschengruppen, etwa die Asiaten, die Ureinwohner Australiens oder die Europäer, charakteristische Merkmale sich in einem langen Zeitraum herausgebildet haben und dass dies auch dort geschah, wo diese Menschen leben. Das ist veröffentlicht worden bereits 1992 von Alan G. Thorne. Das ist ein Co-Autor von Wolpov und ihm selbst, Milford Wolpov. Der Artikel heißt Multiregionaler Ursprung der modernen Menschen und ist veröffentlicht worden in Spektrum der Wissenschaft Nummer 6 1992 schon. Ja, habe ich leider jetzt erst erfahren und recherchiert. Die Vertreter der multiregionalen Hypothese schließen, Zitat, dramatische Migrations- und Verdrängungsszenarien aus, Zitat Ende. Stattdessen nehmen sie eine Durchmischung des Genpools, der diversen Populationen aufgrund stetigen Genflusses mit Selektion an. Wer hat das jetzt gesagt? Das haben die Paleoanthropologin Winfried Henke und Hartmut Rote gesagt in ihrem Werk Stammesgeschichte des Menschen eine Einführung. Ja. So, zeige ich mal. Das ist jetzt mal eine Statue des Homo erectus. Das ist jetzt eher der europäische Typ. So, die multiregionale Hypothese bildet den Gegenpol, das habe ich schon gesagt, zur Out-of-Afrika-Theorie. Diese sagt aus, also die Out-of-Afrika-Theorie sagt aus, Homo sapiens habe sich in Afrika aus Vorläuferformen entwickelt und sei vor 50.000 bis 60.000 Jahren von dort nach Asien, Australien und später nach Europa gelangt und habe die dort jeweils schon ansässigen Vertreter der Gattung Homo verdrängt. Milford H. Wolpoff sagt mit seinem australischen Co-Autor Alan G. Thorne, den ich eben schon zitiert hatte auch, schon 1992, das habe ich eben zitiert, und dann erneut nochmal 2003, dass die, Zitat, Out-of-Afrika-Theorie unklaubwürdig sei, Zitat, Wir haben Schwierigkeiten mit der Behauptung, dass eine einzige Gruppe von Jägern und Sammlern weltweit alle anderen Menschengruppen in relativ kurzer Zeit, beginnend vor etwa 200.000 Jahren, vollkommen abgelöst habe, Zitat Ende. Ja. 1994 formulierten sie in einer New Yorker Publikation noch deutlicher, Zitat, Die Fossilienfunde belegen, dass die frühesten modernen Menschen keine Afrikaner sind und nicht die Gruppe an Merkmalen aufweisen, die Afrikaner jener Epoche oder irgendeiner anderen Epoche charakterisieren. Zitat Ende. Das ist eine Büste vom Homo Erectus. Der gleitende Übergang von Homo Erectus zu Homo Sapiens weitgehend unabhängig voneinander in mehreren Regionen wurde von Zorn und Wolpov auch aus in Europa entdeckten Fossilien abgeleitet. Als Beleg führten sie unter anderem den rund 70.000 Jahre alten Neandertaler von La Ferrasie an, das liegt in Frankreich in der Dordogne, ist der Fundort, der im Unterschied zu älteren Neandertaler-Funden einen, Zitat, leichten Kinnvorsprung aufweist. Ein typisches Merkmal des frühen Homo Sapiens. Ja, ihr könnt euch vielleicht erinnern, hier ist der Schädel. Das ist der Schädel von La Ferrasie, von einem Neandertaler, den man auf rund 70.000 Jahre alt datiert. Ja, und hier kann man also den leichten Kinnvorsprung, Entschuldigung, ganz gut erkennen, finde ich. In der gleichen Höhle übrigens, in La Ferrasie, hat man Überreste des Cro-Magnon-Menschen in jüngeren Schichten gefunden. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich, also ich habe gesagt, Mutation. Ich habe nicht von Genpool gesprochen, ich habe gesagt, Mutation des Neandertaler über den Cro-Magnon zum Homo Sapiens. So habe ich das ausgedrückt. Ich bin ja kein Anthropologe. Sohan und Wolpoff vermuten, Zitat, dass die Neandertaler sich entweder selbst zu späteren Menschenformen entwickelten oder sich mit solchen vermischt haben. Vielleicht auch beides. Ja. Ziel der Argumentation sei es, also ihrer Argumentation sei es, Zitat, die Neandertaler als Vorfahren anzuerkennen. Ja. Was ich ja auch erreichen möchte. Zum Beispiel durch mein Video, die Neandertaler, unsere geheimnisvollen Vorfahren. Das sage ich es ja schon. Vielleicht verlinke ich das nochmal unten drunter. Und Wolpoff und seine Co-Autoren verwerfen auch die sogenannte Mitochondriale Eva, die die Out of Africa Theorie stützen soll. Also neben Lucy zum Beispiel, die man da gefunden hat und anderen Fossilienfunden gibt es. Das ist aber ein Konstrukt. Die Mitochondriale Eva, die hat es so als Person nicht gegeben. Das ist ein anhand von DNA-Analysen konstruiertes Modell. Und das lehnen Wolpoff und seine Kollegen ab, weil die Mitochondriale Uhr erwähnt wird. Und die halten sie für unglaubwürdig. Also wer sich dafür interessiert, der kann ja mal selbst recherchieren. Die Mitochondriale Eva, mit der die Out of Africa Theorie mitbegründet wird. Das führe ich jetzt hier nicht im Detail aus, sonst wird dann zu lang. Ja, ich will euch nämlich unbedingt noch etwas zeigen, im Zusammenhang mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass das Ziel der Argumentation von Sorn und Wolpoff ist, die Neandertaler als Vorfahren anzuerkennen. Da hat man nämlich etwas überaus Interessantes gefunden. So. Und zwar schon 2012. Ja. Habe ich aber leider auch jetzt erst entdeckt. Also obwohl ich in mehreren Archäologie-Blogs dauernd gucke und alle möglichen Dinge mir zusenden lasse. Aber das ist mir durch die Lappen gegangen. Aber ich habe es ja noch entdeckt. Und zwar geht es hier, das ist ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Die Neandertaler haben sich möglicherweise mit Bildern in einer spanischen Höhle verewigt, vor mehr als 42.000 Jahren. Andere Datierungen gehen von 64.000 Jahren aus. Das sind Malereien in einer Höhle in der Nähe der spanischen Stadt Malaga. Und sie sind vermutlich die ältesten bislang entdeckten Zeichnungen der Welt. Das berichten Forscher der Universidad de Córdoba. Also in Spanien eben. Das ist das Bild. Das ist ein Foto der deutschen Presseagentur. Aber ich zeige es trotzdem lieber hier im Zusammenhang mit dem ganzen Artikel. Den könnt ihr euch ja nochmal in Ruhe bei der Süddeutschen Zeitung durchlesen. Ich habe das entdeckt, als ich Höhlenmalereien von Robben gesucht habe für mein Video Die Besiedlung Amerikas. Da habe ich ja gesagt, dass also den frühen Menschen Robben und Meerestiere bekannt waren. Und das hier ist der Beweis. Unter anderem ist nicht die einzige Höhlenmalerei mit Robben. Das habe ich mir aber aufgespart, weil ich das explizit jetzt da erwähnen wollte. So, was habe ich dann noch? So, das hier ist jetzt die, das gehört zur Out-of-Afrika-Theorie. Ein Schema. So, Europa, Afrika, Ostasien. Also, dass der Homo erectus in Europa, den sehen wir hier im unteren Bereich vom dunkelgrünen Zweig. Homo erectus Europa, Homo erectus Afrika, Homo erectus Ostasien. Das wird von niemandem bestritten. Das sagen auch die Vertreter der Out-of-Afrika-Theorie. Das erkennen sie an, dass er dort gelebt hat. Der Homo erectus jetzt. Und hier sehen wir aber, sehen wir im mittleren Zweig unter der Rubrik Afrika, wie sich dann der Homo erectus allein zum Homo sapiens entwickelt. In Europa haben wir dann den Homo heidelbergensis, den Homo neandertalensis. Und in Afrika haben wir dann eben den Homo sapiens und die hellen Äste im oberen Teil. Da geht dann der linke Ast nach Europa. Da soll er ja hingewandert sein. Und der rechte Ast nach Ostasien. Da soll er dann ja auch hingewandert sein. Ja. So, und dann zeige ich euch mal noch ein Bild. Das ist ein Bild von nordamerikanischen Ureinwohnern, nämlich von den Atsina. Und da sehen wir eine Atsina, die ihr Kleinkind in einer Trage auf einem Gestänge hinter dem Pferd transportiert. Dieses Gestänge heißt Travois. Und die Atsina, also überhaupt die nordamerikanischen Ureinwohner, waren ja Nomaden. Und sind, oder zumindest Halbnomaden. Und haben ja auch weite Strecken zurückgelegt in die verschiedenen Jagdgebiete. Also ich gehe jetzt vor der Besiedlung durch die Siedler aus, wie es vorher war. So, und dann haben die zum Transport dieses Gestänge Travois beispielsweise genutzt, das hier von dem Pferd gezogen wird. So, also die sind schon, die haben auch größere Strecken zurückgelegt. Jetzt nicht von Afrika bis nach Europa, sondern Distanz nicht. Aber die waren schon auch innerhalb Nordamerikas unterwegs. So, jetzt fällt ja jedem, der dieses Bild sieht, wenn ich da von Vormenschen, Frühmenschen, vom Homo erectus, vom Neandertaler und vom frühen Homo sapiens und vom Chromanius spreche, fällt da ja ein wesentlicher Unterschied auf. Nämlich, ja, das Pferd. Also weder die Vormenschen noch die Frühmenschen, noch der frühen Homo sapiens, der Neandertaler oder auch der Grommagnon hatten das Pferd gekannt. Bevor die Indianer, äh, die, die nordamerikanischen Ureinwohner, ähm, äh, die, äh, Pferde als Zugtiere genutzt haben, haben sie diese Travois-Gestänge von Hunden ziehen lassen. Aber auch der Hund war damals bei den, äh, frühen Hominiden nicht domestiziert. Mit anderen Worten, hätten die von Afrika bis Europa ihr ganzes Hab und Gut, äh, ja, auf dem Rücken tragen müssen oder selber hinter sich herziehen. Äh, also Lasttiere waren unbekannt. Das, äh, wollte ich euch nur noch mal zeigen. Ähm, also ich bin einfach aufgrund der Logik darauf gekommen, dass das nicht sein kann. Äh, äh, solche Distanzen mit Sack und Pack, die hatten ja auch Zelte. Das habe ich ja jetzt schon mehrmals erklärt. Ähm, wer es immer noch nicht weiß, der möge sich noch mal, ähm, 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 alte Videos, oder so alt, äh, sind die ja noch, äh, paar Wochen her, äh, von mir ansehen, wo ich eben erkläre, dass auch der Neandertaler oder der, bei der Besiedlung Amerikas, äh, 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 der, äh, frühe, äh, frühe Homo Sapiens, Zelte benutzt hat. Und für Zelte braucht man Gestänge. Diese Gestänge sucht man nicht an jedem Lagerplatz sich wieder neu zusammen oder erlegt man erst mal einen Mammut, damit man wieder so einen Knochen hat, sondern die nimmt man mit. Und die sind schwer, Mammutknochen. Also, das ist schon ein Gewicht. Äh, äh, und das über Tausende von Kilometern. Ähm, äh, vor kurzem habe ich einen, einen Beitrag gesehen über eine Expedition in die Antarktis, ähm, die, äh, äh, ausging vom damaligen britischen Empire, äh, im 19. Jahrhundert und, äh, leider kläglich gescheitert ist. Sie hatten ja so einen Eroberungsdrang, war ja damals auch, äh, ein Weltreich, das britische Empire, ne, und die wollten die Antarktis kartografieren und sind, äh, elend umgekommen. 129 junge, äh, junge, kräftige Männer, ne. Ähm, ja, weil, äh, also, äh, wir in der heutigen Zeit könnten solche Distanzen ohnehin nicht laufen. Aber das waren doch alles junge, äh, 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 ja, ja, athletische Männer vom Militär eben. So, und die hatten ihr, ähm, also die haben sich dort, äh, das Schiff saß im Eis fest, die haben sich verirrt, so, und haben dann, darauf will ich hinaus, auf Schlitten über das Eis ihr Hab und Gut mit sich gezogen. Wie weit sind sie gekommen? Einige wenige, die meisten sind vorher schon verstorben, 300 Kilometer. Dann war Schluss. Man hat also nur noch die Knochen gefunden. Also so viel noch zu, äh, wir, äh, gehen mal Kilometer und tausende Kilometer weit mit unseren Sachen hinter uns, äh, und ziehen das alles, ne, oder so. Also irgendwie müssen sie es ja transportiert haben. So, hier hab ich jetzt auch nochmal Homo erectus mit einigen, äh, äh, Tierfunden aus seiner Zeit. Also auf den, äh, ähm, äh, äh, gehen wir auf jeden Fall zurück. Das ist, äh, anerkannter gemeinsamer Vorfahrer, äh, auch anerkannt gemeinsam mit dem Neandertaler. Das hab ich auch schon mehrmals gesagt. So, hier hab ich jetzt mal verschiedene Schädel verschiedener Hominiden. Äh, einen Moment, da hab ich mir nämlich extra notiert. Also Schädel von links nach rechts. Homo neandertalensis in der oberen Reihe, ne, äh, in der oberen Reihe. Unten drunter ist der Homo rudolfensis. Den rechnet man heute dem Homo erectus zu. Also, äh, auch den Java-Menschen, auch den Peking-Menschen. Die sind früher anders bezeichnet worden, hm? Ähm, das fasst man heute alles zusammen unter Homo erectus, hm? Ja, hier nebendran ist er ja auch. Der Homo erectus sieht man ja auch schon, dass die Schädel ausgesprochen ähnlich sind im Vergleich jetzt zum Homo neandertalensis. So, ähm, dann haben wir hier den Homo heidelbergensis. Ähm, wird auch jetzt dem Homo erectus zugerechnet, ne, ist eine, äh, also die europäische Form, ne, Heidelberg als Fundort, ne, leuchtet ja ein. So, äh, den Homo habilis, äh, wo ist, äh, ganz oben der weiße Schädel ist der Homo sapiens. Ja, dass man das dann immer als oberstes stellt und dann noch, äh, als weißen Schädel, also, naja, gut, egal. Ist halt hier so dargestellt, ist auch wieder aus einem Museum. Wir haben also, das ist Homo sapiens, äh, darunter, äh, schräg darunter haben wir den, äh, Homo antecessor, ähm, der Schädel, der nicht ganz vollständig ist, der wird, ähm, antecessor heißt Vorfahre, der wird jetzt auch dem Homo erectus zugerechnet. Genau wie der Homo habilis eine Etage tiefer, ja, also das sind alles, ähm, ähm, Ausprägungen, alles die gleiche Art, ne, äh, ähm, man spricht hier immer von Arten, ne, das ist ganz wichtig, Art, ne, das ist alles die gleiche Art, hier der, äh, also alles gehört zur Art Homo erectus. Außer dem Homo neanderthalensis, der ist ja eine Weiterentwicklung, äh, deswegen ist er ja auch hier höher und, äh, ja, Homo heidelbergensis wird jetzt auch dem Homo erectus wieder zugerechnet und der Homo sapiens, da ganz oben eben, ne, äh, Moment, so, äh, ah ja, hier habe ich noch einen Vergleich des Gehirnvolumens, ähm, ja, vom Smithsonian Museum. Ähm, die haben also die, die Schädel, äh, ausgefüllt mit einer dem Gehirn ähnlichen Masse, um die Gehirne zu vergleichen, ja, was habe ich noch? Ach, der Eugène Dubois, ja, Moment, ja, genau, äh, so, äh, wer war das? Ähm, also Eugène Dubois, ähm, der hat 1891 ein Buch über seine, äh, Funde geschrieben, äh, der hat den, äh, Homo erectus auf Java gefunden, ähm, also Überreste auf Java gefunden und hat, äh, der ging dann auch in die, äh, Geschichte ein als Java-Mensch. Ähm, ähm, sagt man aber heute auch Homo erectus, er hat es da oben auch selber schon geschrieben, ne, Pitecantropus erectus, mhm, ja, der Eugène Dubois, was habe ich noch? Das hier ist, glaube ich, auch Eugène Dubois, ja, altes Manuskript. Ach, so, genau, äh, ja, äh, 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 der, äh, äh, Schädel des Peking-Menschen, ähm, ähm, den, äh, den hat man, den Schädel hat man in Peking gefunden, auch Homo erectus, und das hat man eben, äh, äh, zu der Zeit, das war auch 19. Jahrhundert, noch nicht so genau gewusst. Ja, Büsten, das wisst ihr ja, zeige ich nicht so gern, ähm, weil das keine Rekonstruktionen sind und bei jeder Künstler kann da was reininterpretieren, äh, ja, das hier ist, den kennt ihr aber schon aus anderen Videos, das habe ich nur noch mal dazu gemacht, das ist der, ähm, Edward S. Curtis, der diese wundervollen, äh, Fotos gemacht hat, der nordamerikanischen Ureinwohner, die er Indianer nannte, weil das war eben, äh, im 19. Jahrhundert, da hat man das noch so gesagt, äh, der hat 30 Jahre bei den Indianern gelebt und dieses Foto ist auch von ihm, ähm, mit dem Travois, deshalb, äh, habe ich den noch mal dazu gemacht. Ja, da sind wir auch schon durch. Ja, ähm, das wollte ich euch mal nicht vorenthalten, also das war mir wirklich eine besondere Freude, ähm, dass also ein, äh, äh, anerkannter Wissenschaftler, äh, der Dozent an der Michigan University ist, ähm, äh, 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 die gleiche These aufstellt, wie ich sie in meinen Videos schon mehrmals jetzt aufgestellt habe, mit dem Unterschied, dass er das anhand von Fossilien belegt, die Möglichkeit habe ich leider nicht, ne, ähm, kann leider keine Forschungsreisen machen und, äh, ähm, habe ja auch nicht Anthropologie studiert, ne, aber, äh, ich bin einfach aufgrund der Logik da drauf gekommen, ne, dass, äh, dass da was nicht stimmen kann mit diesen, äh, immensen Wanderungen, ähm, in meinem Video über die, äh, Funde von, äh, Funde von, äh, Professorin Böhme, die sagt dann umgekehrt von Europa nach Afrika glaube ich auch nicht, ne, äh, ich glaube überhaupt nicht, dass da jemand groß gewandert ist und hier Professor Milpoff glaubt es eben mitsamt seiner Co-Autoren, äh, nicht nur er alleine glaubt das auch nicht, ne, hier, äh, forscht er an einem Schädel. Ja, dann hoffe ich, das hat euch gefallen und freue mich natürlich über ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat und, ähm, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von der multiregionalen Hypothese haltet, ähm, schreibt wahrscheinlich die Namen all der Forscher nochmal unten drunter, äh, dann könnt ihr selbst, äh, nachrecherchieren, ähm, sind aber US-amerikanische Seiten und US-amerikanische Videos, ne, ähm, also in, äh, also in, äh, in Englisch, in der Regel, äh, und ich wollte euch einen Vortrag, äh, von, äh, äh, Professor Milpoff, der ist ja Dozent, wollte ich euch verlinken, ähm, aber der, der, äh, spricht, äh, spricht natürlich Englisch und spricht sehr schnell, ähm, Also die Untertitel von YouTube, wie sage ich es höflich, also auf jeden Fall, das übersetzt wohl nach Gehör. Also da kommen die skurrilsten Übersetzungen dann raus und dann habe ich davon abgesehen. Ich kann aber, wenn es interessiert, oder vielleicht verlinke ich es trotzdem mal sehen. Da könnt ihr ja selber mal schauen. Wer fließend Englisch spricht, kann ja auch jemand unter den Zuschauern sein. Der wird da folgen können. Er spricht halt sehr schnell. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Silbenfee.